In diesem Video erkläre ich kurz und knapp, wie aus dem Imperium Romanum zwei Reiche werden. Westrom und Ostrom. Zu Beginn des 3. Jahrhunderts macht das Imperium Romanum, das römische Kaiserreich, eine schwierige Zeit durch. Eine Krise jagt die nächste. Manchmal ist das Problem, dass dem einen oder anderen Kaiser einfach die Sicherungen durchbrennen. Das grundsätzliche Problem liegt aber woanders. Das Reich ist einfach so groß, dass es kaum zu kontrollieren ist. Die Grenze des Reiches ist immerhin etwa 15.000 Kilometer lang. Mit der Zeit wird es immer schwieriger, diese lange Grenze zu verteidigen. Im Norden drängeln die Germanen, im Osten droht das Sassanidenreich. Von 235 an regieren die sogenannten Soldatenkaiser das Römische Reich. Wie der Name schon sagt, bauen sie ihre Macht auf die Soldaten. Und 235 erheben die römischen Soldaten einen ihrer Offiziere zum Kaiser und erschlagen ihren bisherigen Kaiser. Severus Alexander, übrigens in der Nähe von Mainz. Damit deutet sich schon an, dass es wenig Gesitte zugeht. Und schon bald herrscht ein ziemliches Durcheinander. Denn gleich mehrere der weit voneinander stationierten Legionen fangen jetzt an, neue Kaiser zu ernennen. Und all diese Kaiser machen sich gegenseitig Konkurrenz. Sie kämpfen gegeneinander. Erst als 284 Diokletian Kaiser wird, schafft er es, das Reich wieder unter Kontrolle zu bringen und Reformen durchzusetzen. Unter anderem führt er die Tetrarchie an. Das ist die Herrschaft von vier Kaisern. Zwei davon sind Senior-Kaiser, Oberkaiser. Sie bekommen den Beinamen Augustus. Und die zwei anderen sind Unterkaiser, Junior-Kaiser mit dem Beinamen Cäsar. Diese vier teilen sich das Reich auf. Die Idee dahinter ist einfach. Die ungeregelten Kaisererhebungen können verhindert werden, wenn ein Kaiser sozusagen vor Ort nach dem Rechten sieht. Und im Zeitalter der Römerstraßen und der laufenden Boten kann das ein Kaiser nicht allein. Die Idee ist ganz schön. Aber wenn zwei oder gleich vier Herrscher miteinander regieren, dann ist das natürlich auch nicht so einfach. Zum einen streiten die vier Kaiser untereinander. Und wenn ein Herrscher stirbt, dann gibt es zum anderen Streit um die Nachfolge. Denn jeder will mitreden. Nur unter Konstantin dem Großen zwischen 324 und 337 gibt es noch einmal kurz einen Alleinherrscher. Nach ihm werden die Herrschaftsbereiche wieder aufgeteilt. Im Jahr 395 zerbricht dann die Einheit des Römischen Reiches endgültig. Ab sofort gibt es ein Weströmisches Reich und ein Oströmisches Reich. Die Trennlinie verläuft ungefähr da, wo heute Montenegro liegt. Ach so, halt, ich hab das jetzt nicht ganz richtig ausgedrückt. Das Römische Reich ist nie geteilt worden. Die Herrschaft wird geteilt. Ein Reich, zwei Herrscher. Und jeder Herrscher hat sein eigenes Gebiet, in dem er befehlen kann. Schauen wir uns zunächst den Westen an. Die Hauptstadt dieses Reichsteils ist nicht mehr Rom, sondern zunächst Mailand, später Ravenna. Dieser Umzug von Mailand nach Ravenna hat taktische Gründe, denn Ravenna gilt als uneinnehmbar. Das ist wichtig, denn die germanischen Stämme dringen in das weströmische Gebiet ein und nehmen dort ganze Landstriche in Besitz. Man spricht von der Völkerwanderung. Mit dem Begriff Völkerwanderung fasst man viele nebeneinander ablaufende Prozesse zusammen, die die Gesellschaften und die Staatenwelt ganz Europas umkrempeln. Als die Macht Roms bröckelt, versuchen etliche Kriegsherren, ich sag's mal so, sie versuchen sich ein möglichst großes Stück des Kuchens zu holen. Am Ende entstehen im westlichen Gebiet des Imperiums mehrere neue Reiche. Am bekanntesten sind die Reiche der Ost- und der Westgoten und der Vandalen. Selbst Rom wird von Germanen erobert. Das Reich zerbricht während der Völkerwanderung. Die Wissenschaftler diskutieren darüber, wann Westrom endgültig untergeht. Traditionellerweise sagt man 476 mit der Absetzung des jungen Kaisers Romulus Augustus. Ostrom kann sich deutlich länger halten, und zwar fast ganze 1000 Jahre länger. Auch hier gibt es Einfälle fremder Völker, aber Ostrom ist viel stabiler als der westliche Reichsteil. Es verbindet die römische Tradition mit dem griechischen Erbe und dem Christentum. Die oströmischen Kaiser geben den Anspruch auf das ehemalige weströmische Gebiet nie auf. Und tatsächlich versucht Kaiser Justinian, der von 525 bis 567 oströmischer Kaiser ist, das alte Weltreich wiederherzustellen. Er erobert den Balkan, Italien, Nordafrika und Teile Spaniens zurück. Aber das alte Imperium kann er nicht auferstehen lassen. Die beiden ehemaligen Hälften des römischen Reiches passen nicht mehr zusammen. Das merkt man vor allem an der Sprache. Latein tritt dem oströmischen Reich immer mehr in den Hintergrund und das griechische nimmt den Platz als Amtssprache ein. Auch das Christentum, das in Rom und in Konstantinopel gepflegt wird, entwickelt sich auseinander. Noch heute gibt es die griechisch-orthodoxen und die katholischen Christen. Das oströmische Reich verändert sich so sehr, dass es in der Forschung auch einen anderen Namen bekommen hat. Das Byzantinische Reich. Das geht 1453 unter, als die Hauptstadt Byzans, vorher Konstantinopel, von den Muslimen erobert wird. Ja, das war's auch schon mit West- und Ostrom. Wenn ihr mehr wissen wollt über die antike Geschichte oder allgemein über die Geschichte Europas und Deutschlands, dann seid ihr auf diesem Kanal hier genau richtig. Abonniert ihn einfach, dann verpasst ihr künftig kein weiteres Video mehr. Wenn ihr Fragen habt, dann postet sie gerne in die Kommentare. Wir kümmern uns dann darum. Euch vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.